So, einmal bitte die Systeme übertragen. Gamma Draconis. Huch, ich sehe gerade, ich muss... Hä, ich muss gar nicht angrenzen, oder... Also manchmal sind die Regeln dafür wirklich komisch. Wie sieht es hier aus? Ja, das ist nämlich jetzt ein... Und da gelten für Tributpflichtige aus irgendeinem Grund andere Regeln als für Vasallen. Mit wem? Amazon und Transmaya Allianz. Ja, ich habe jetzt Angst. Regenweltgerüst abgeschlossen. So, Sektion A kriegen die Wikinger so und den Rest müssen sie selber bauen. Technologie secured. Also, Sie sind die Punktgisse. Sie sind die Punktgisse. Also, Sie sind die Punktgisse. Und dann hochst du die Punktgisse. Dann habe ich dich um die Punktgisse. Wir werden die Punktgisse. Oh, das ist zu sein. Wo ist hier alles? Und dann ist das schön- Diese neue Föderation verteilt viele auf den Assoziationsstatus. Das ist schon mal... Konstruktion complete. War declared. Dek- Was? Ach Leute, könnt ihr mal... Kann mal irgendwer die Kontrolle über seine Maschinen behalten? Boah, zum Glück kann nicht mehr als einer stattfinden. Sonst wäre es nämlich unfassbar nervig. Konstruktion complete. Und die wollen auch direkt zum RAS-System. Moncadir, Sablissur. Ich brauche meine zweite Legion, wo ist die andere? Okay, dritte Legion kommt auch hier hin. Wir müssen das wirklich unter Kontrolle bringen. Konstruktion complete. Konstruktion complete. Komm, seid ihr langsam mal fertig? Konstruktion complete. So, einmal mit den Außenposten bauen. Konstruktion complete. Okay. So, einmal mit den Außenposten. Sternenbasenkapazität ist okay. Okay. Konstruktion complete. Moment, im Idealfall würde ich das Sterntor ja direkt hier neben bauen. Ich habe nur die Befürchtung, dass die Anbinden hier gleich reingeschneit kommen. Auf Elysium? Warum auf Elysium? Ich meine, ihr könnt Forschungslabore haben, wenn ihr wollt. Wobei ich nicht finde, dass das viel bringen wird. Vor allem, weil die gar nicht die Behause haben. Grundhandelsschutz einmal erhöhen. Mal eine andere Frage. Wer habe? Ich habe auch Weltraumwolkenblitze. Ich könnte theoretisch die hier austauschen und dann einfach Schilde und Panzerung komplett ignorieren. Teilweise besetzt. Ja, aber dafür brauche ich... ...139. Das ist völlig okay so. KI-Raketen, genetische Artillerie. Also, um mal zu zählen. Wir hatten bis jetzt... Okay, eine Revolte, aber... ...das sollte kein Problem sein. Ich hätte mich vielleicht auch mal drum kümmern sollen. Wie sieht es hier aus? So, einmal Bevölkerungskontrollen. Ich will da keine... Ich will mit denen hier keine weiteren Stress haben. Ich wollte schon sagen, teilweise... Wir haben doch... Aber wir hatten noch nicht. Terraforming-Gase. Gaia-Welt. Wir haben einfach so viel Energie. Irgendwo war doch noch eine. Nicht? Okay. 50% mit dem Sternentor. Ground-Invasion-Force has seized a planet. Ach stimmt, das ist ja ein totaler Krieg. Also, das fällt auch direkt... Das Gebiet fällt auch direkt wieder zurück... ...an seinen ursprünglichen Besitzer. Ja, das ist nicht bedauerlich. Das ist völlig okay. Okay. Planetary invasion commenced. Construction complete. Ground-Invasion-Force has seized a planet. So, wir haben die Revolte niedergeschlagen. Star System charted, Enemy Presence exposed. Star System charted. Okay, zumindest ist es schon mal kein Entschloss der Exterminator. Wir hätten nämlich noch eine Flotte mehr. Uns wären halt generell stärker. Anstieg der Kriminalität. Hoch. Raus da, raus da. Das ist soweit erledigt. Der hier kann weiter ausgebaut werden. Anfrage akzeptieren. Ja, komm. Na komm, rück an. Wieso stärkt ihr euch jetzt so schrecklich? Das System wurde teilweise besetzt. Ja. Wir brauchen wieder neue Armeen. So, wie schwer ist es? Also irgendwie halten es meine gerade nicht für nötig, hier irgendwie zu kämpfen. Lass sich doch jetzt nicht nur daran, dass... Die hat gar keinen Kampf... Die sind gar nicht in den Kampf verwickelt. Also ich weiß, dass es einen Bug in der Richtung gibt, aber ich dachte, der wäre schon längst gefixt worden. So, ihr springt raus. Ihr springt raus. Dann geht's. Jetzt geht es mal wieder rein. Jetzt gehen wir hin. Dann geht es mal raus. Ja. Bé. Dann geht es mal wieder. Dann geht es mal wieder rein. So, hoffentlich klappt das jetzt. Die greifen überhaupt nicht an. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund greift die Flotte gerade nicht an. Ich hoffe nur, dass es dafür auch ein Workaround gibt. Ah, hier steht leider gerade nichts. Speichern und neu laden. Ja, bin ich mal gespannt. Ja. Wesenshilft das. Also zumindest gibt es ein Workaround. Jetzt haben wir hier schon wieder so viele Flotten übrig. So, das dauert noch. Das Ding ist, das Spiel sagt mir glaube ich auch nicht, wenn das Ringweltsegment fertig ist. So, hier sind gar keine Armeen vorhanden, also geht das schnell. Ähm, ihr könntet... Hallo, bleibt hier. Ihr könntet helfen. Ihr könntet helfen. So, das heißt, den Amazonen könnte es noch passieren. Ja. Die haben gerade tatsächlich aufgegeben. Kriege ich jetzt auch meine Armee wieder? Sehr schön. Sehr schön. Star system charted. 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 So, einmal Handelsabkommen. Kann ich? Nee, auf einmal gelten wieder die normalen Regeln. So, ihr auch. Und ihr könnt von mir aus darüber springen. Ihr kommt direkt auch dazu. So, und jetzt versuchen die anbitten, tatsächlich hier durchzukommen. Aber das lasse ich nicht zu. So, ihr könnt. So, was ist auf Zanam? Das eine System müssen wir mal umbenennen. Das ist einfach nur verwirrend sonst. Nein, nicht die Station. Ich möchte das System bitte umbenennen. Hulks vivisected. So, was ist es? So, was ist es? So, was ist es? So, was ist denn da? So, was ist das? So, was ist es denn da? So, was ist das? So, wie ist es? Das sind noch 160 Tage, das ist okay. Danach können wir hier weitermachen. Konstruktion complete. Soll ich das noch ein bisschen weiterentwickelt. Sternenbasenkapazität, Militärakademie, Hypercomsforum. So, einmal hier, dann machen wir hier weiter. Hier haben wir jetzt die Verbindung. Gilt der Waffenstillstand noch mit uns? Ja. Der gilt noch. Ihre Flottenstärke ist erbärmlich. Ich möchte aber auch aus ihnen keinen tributpflichtigen Staat machen, bis ich dich zumindest die anbinden. Ein bisschen eindämme. Die Frage ist, soll das schon unser nächster Schritt sein? Hier ist ein Sternentor. Es befindet sich leider kein L-Tor in der... Ja, hier, aber... Was kostet es mich an Einfluss, wenn ich das System hier übernehmen möchte? System befindet sich feindliche Flotten. Ja, das ist mir gerade, aber egal. Ich möchte dafür wissen, was es mich kostet. Weil dann könnte ich versuchen, die anbinden, da ein wenig einzudämmen. Vielleicht auch besser sogar noch hier. Genau, das wird unser Ziel. Das heißt, ich brauche meine Flotten. Ich brauche sie alle hier. Auf Cybrex Alpha. So, ich hoffe, das Schiff wird jetzt... Ich habe das nicht zerstört, aber ich glaube, ich habe schon einmal die Trümmer... Ich glaube, ein Trümmerfeld hatte ich schon gescannt. Dass es die Materie desinkriegt hat. Integratoren kann ich auch noch bekommen. Xenomorph-Armee. Verwaltungslimit. Hulks vivisected. Construction complete. So, Störsender. Rumpfstärke Titanen. Konstruktion complete. So, das ist fertig. Dann haben wir einmal den Materie, den Kompressor. Und ihr bekommt einmal das. Und ihr bekommt einmal das. Konstruktion complete. Und ihr bekommt einmal das. Und ihr bekommt einmal das. Und ihr bekommt einmal das. So, jetzt keinen Fehler machen. Einmal das hier. Und einmal das hier.